Ich begrüße einen, der heute Präsident Mursi treffen wird, und zwar ist das Philipp Missfelder, außenpolitischer Sprecher der Unionsfraktion und Obmann im Auswärtigen Ausschuss. Grüße Sie. Guten Morgen. Ist das eine Adelung Mursis, ihn hier in Berlin zu empfangen? Es ist auch, wie eben gerade in dem Beitrag schon gezeigt worden ist, die realpolitische Anerkennung der Wahlen in Ägypten. Und es zeigt ja auch, dass Ägypten für uns ein unverzichtbarer Partner in der Region ist. Wenn wir Stabilität wollen, dann müssen wir auch mit Mursi reden und auch mit Ägypten ein gutes Verhältnis beibehalten. Das heißt, Sie hoffen auf ein Hausaufgabenheft, in das Sie einiges eintragen können, die Kanzlerin zum Beispiel und auch die Politiker? Das auf jeden Fall. Wir treffen heute mit dem Auswärtigen Ausschuss den Präsidenten und dort wird es sicherlich auch eine kritische Diskussion geben, gar keine Frage. Sie haben in dem Beitrag ja alle wichtigen Punkte schon angesprochen, von seinen antisemitischen Äußerungen bis hin zur Menschenrechtssituation. Das sind Fragen, die die Menschen in Deutschland beschäftigen, aber natürlich auch die Politik. Wir sind ja hier im christlichen Abendland. Werden Sie auch die Diskriminierung von Christen, von Kopten ansprechen? Definitiv. Es ist ein ganz wichtiges Thema, wenn Sie sehen, dass die Kopten unter Mubarak einen gewissen Schutz genossen haben und man jetzt sieht, dass auch ganz prominente Vertreter aus der koptischen Gemeinde Ägyptens das Land nahezu fluchtartig verlassen, dass sie wirtschaftlich unter Druck gesetzt werden, dass sie aber auch einfach keine Chance mehr haben, ihre freie Religion auszuüben. Das ist etwas, was uns große Sorgen macht und das ist auch etwas, wo sich insbesondere meine Fraktion, die CDU, CSU, Bundestagsfraktion verpflichtet fühlt, den Christen in der Welt auch Schutz zu geben. Was tun Sie dafür? Es wird sicherlich Gegenstand des Gesprächs mit der Kanzlerin sein. Es wird heute im Ausschuss ein Gespräch sein und eins ist klar, Herr Morsi kommt hier nach Deutschland, um ja auch vor allem wirtschaftliche Unterstützung zu bekommen. Und neben dem realpolitischen Aspekt, den ich ja gerade schon angesprochen habe, dass wir mit Ägypten langfristig vertrauensvoll zusammenarbeiten wollen, muss ihm auch eins klar sein, wenn er versucht, ein positives Investitionsklima zu schaffen oder versucht, deutsche Touristen wieder zurückzulocken nach Ägypten, dann kann das nur gelingen, wenn die Menschenrechtssituation besser wird und auch wenn insbesondere die Situation der christlichen Minderheit besser wird. Glauben Sie daran, wenn da Geld reingeschoben wird, investiert wird, dass sich da tatsächlich etwas bessert, weil es ist ja eine Partei in der Macht, die natürlich demokratisch gewählt wurde, aber die nicht unbedingt willens ist, da alles mit zu betreiben, was andere gerne hätten? Also Morsi hat definitiv eine Chance verdient, gar keine Frage. Ich habe immer noch kein abschließendes Urteil mehr gebildet über ihn als Person. Ich glaube aber, dass die Latte mittlerweile sehr, sehr hoch hängt. Denn eins ist ja klar, die Äußerungen, die er getätigt hat, die kann man nicht einfach zur Seite wischen. Das Handeln der Muslimbruderschaft ist prinzipiell erst einmal aggressiv und nicht moderat. Und das ist etwas, was wir uns genau natürlich anschauen. Deshalb kann ich auch nur die ägyptische Seite vor zu großer Euphorie warnen. Also einen groß ersehnten Schuldenerlass oder ein Aufbauprogramm andererseits für Ägypten beziehungsweise Großinvestitionen der deutschen Wirtschaft. Das ist etwas, was sich langsam entwickeln müsste und nicht, was jetzt über Nacht kommt, sondern die Latte dafür hängt sehr, sehr hoch. Ja, nun kommt Morsi ja qua Amt nach Berlin. Aber wie ist das denn mit der Opposition? Wie bemüht sich denn das politische Berlin mit der Opposition weiterzukommen? Vielleicht auch in dem eigenen Bestreben auf der Suche nach Demokratie? Wir haben ständigen Kontakt zur Opposition in Ägypten. Wir haben sehr, sehr viele junge Menschen in den letzten zwei Jahren hier in Berlin auch empfangen und für sie auch Programme organisiert. Ich selber habe ständigen Kontakt auch zu Journalisten in Ägypten und auch zu Unternehmern, die sehr, sehr deutschlandfreundlich sind und auch mit großer Erwartungshaltung an den Arabischen Frühling herangegangen sind. Langsam zeigt sich allerdings in Ägypten, dass mehr und mehr Hoffnungen enttäuscht werden. Wie gesagt, es ist kein abschließendes Urteil über Herrn Morsi als Präsidenten. Aber eins ist da, die Situation im Arabischen Frühling gleicht eher einem Winter, anstatt es sich um einen Aufbruch handelt. Ja, Sie haben es gerade angesprochen, den Arabischen Frühling. Und Morsi lässt jetzt dann doch schon wieder auf die Leute schießen, auf jene Leute schießen, die diesen Arabischen Frühling begonnen haben, die mit ihrer Revolution erst möglich gemacht haben, dass ein Morsi Präsident wird. Wie bewerten Sie das? Wir packen ja Herrn Morsi jetzt hier nicht in Watte heute, sondern er wird sich kritisch diesen Diskussionen auch stellen müssen. Und ich finde natürlich, selbst auch die Todesurteile, die verhängt worden sind, das ist für uns inakzeptabel. Wir lehnen die Todesstrafe überall auf der Welt ab und wir werden das auch konsequent ansprechen. Nur eins ist auch klar, im Nahen Osten gibt es nie Schwarz und Weiß, sondern im Nahen Osten, das gilt ja für die gesamte Außenpolitik, gibt es immer sehr starke Graubereiche. Und das sehen wir auch im Verhältnis zu Saudi-Arabien, das sehen wir auch zu anderen Ländern der Region. Und unser Interesse, auch zum Schutze Israels, ist es, ein stabiles Ägypten zu haben, ein Ägypten, mit dem wir im Dialog uns befinden. Und deshalb ist dieser Besuch heute politisch auch sehr wichtig. Wie groß und wie realistisch ist Ihre Hoffnung? Kurze Frage, kurze Antwort, bitte. Ganz kurz, ich glaube, dass die Chancen, dass Ägypten tatsächlich noch eine Demokratie wird, mittlerweile von Tag zu Tag schwinden und ich werde immer pessimistischer. Ich danke sehr herzlich, Philipp Missfelder. Herzlichen Dank.